Eine der besten Möglichkeiten im Landwirtschaftssimulator 22, direkt zu Beginn gutes Geld zu verdienen, ist aus meiner Sicht die Gras-Silage. Das wusstest du vielleicht schon, aber wusstest du auch, dass du dir auf ganz einfache Art und Weise nicht nur einen Wachstumsmonat, sondern gleichzeitig auch das Düngen sparen kannst? Ich zeig dir wie. Direkt nachdem du das Gras abgemäht hast, gehst du mit einem Striegel über das Grasfeld. So kommt dein Feld vom Status abgeerntet in den Status im Wachstum. Darauf musst du normalerweise einen ganzen Monat warten. Zusätzlich ist dein Feld sofort zu 100% gedüngt. Du hast also finanziell nach der Anschaffung der Geräte keinerlei Aufwand mehr. Dein Gras wächst nach, ohne dass du es erneut ansäen musst. Wie startest du deinen neuen Hof im LS22? Schreib's mir jetzt gerne in die Kommentare.